Tacheles, wir sind hier um dieses Spiel zu testen und ich bin alter Gothic-Veteran, kann man sowas sagen, Fan, was auch immer. Hab auch noch Risen 1 gespielt, Risen 2 angetestet und liegen gelassen, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich gespannt, ob mich Risen 3 dann wieder mehr überzeugt. Ich muss sagen, ich bin da eher der Novize, ich bin da eher der Amateur oder Laie, weil ich habe mit Risen 2 angefangen. Aber ich musste feststellen, das war leider nicht so ganz, was ich mir irgendwie erwartet hatte bzw. auch was vielleicht so meinem Spielertyp entspricht. Aber ich bin ja immer wieder offen für Neues und bzw. denken wir mal, wenn jetzt ein Hersteller wie Deep Silver irgendwie die Eier hat im Sommerloch quasi oder bzw. wo wirklich so wenig Spiele rauskommen, einen großen Titel wie wir sind 3 irgendwie zu präsentieren, dann muss das schon ein ordentliches Fund sein. Also dementsprechend bin ich da jetzt mal ganz zuversichtlicher Dinge. Ja genau. Bist du sonst Rollenspieler? Ja, ich taste mich immer wieder ran. Ich bin nicht so der rundenbasierte Kämpfer zum Beispiel. Das ist jetzt so, wo ich immer so ein bisschen Probleme habe, wo meine mentale Hürde irgendwie einsetzt oder so eine Barriere einsetzt, wo ich immer denke, ey, warum sollte ich darauf warten, bis der Typ irgendwie seinen Trank eingesetzt hat oder bzw. seine Rüstung angelegt hat und seinen Bogen des Schicksals rausgeholt hat, um mir damit den Hammer des Herold irgendwie zu verpassen oder sowas. Plus 5, ja. Wo ich mir denke, ey, in der Zeit, wo du das alles ausfummelst, ja, hätte ich dir fünfmal mindestens mal auf den Helm geschlagen. Aber ich mag das, ja, ich mag das, naja, wie soll man sagen, das Evolutionieren eines Charakters so, also den wirklich irgendwie aufbauen und ich mag auch die Reiseerfahrung eigentlich. Also das Ding ist halt so, da bin ich dann immer wieder noch so ein bisschen der Open World, wo ich immer wieder in Open World abdrifte, ja, weil ich halt dann wirklich auch versuche irgendwie so, ich will halt so, keine Ahnung, wie soll man sich das vorstellen, dass man halt am Ende weiß, warum man ledergegerbte Haut hat oder so. Also, dass man einen Charakter hat, der wirklich seinen Weg gegangen ist und dass man noch sich so wirklich diese ganzen Etappen irgendwie ausmalen kann, beziehungsweise die ganze Story und den Charakter-Rongloser, die cool entwickeln sollen. Genau, genau das, also dass man wirklich sagt, so wie bei Fallout, ey, ich hab Menschenfleisch gegessen oder sowas, weißt du, dass es so eine prägende Erinnerung ist, die man irgendwie aus diesem Spiel mitnimmt und auch die man halt vielleicht anhand des Charakters irgendwie nachempfinden kann. Also dieses Reisen, diesen Reisegedanken und irgendwo immer in die Welt ziehen und irgendwas erleben, das finde ich halt an Rollenspielen cool. Aber dann müsste Risen dir eigentlich ganz gut gefallen, weil er ist nicht rundenbasiert, ist halbwegs Open World, wenn ich mich nicht täusche und also eventuell ist das genau dein Ding. Genau und ich war jetzt, was soll man sagen, jetzt auch noch spiegeln gerade momentan so, außer den altbekannten Dingern. Also wir lassen uns mal überraschen und setzen uns jetzt vor den Rechner und er guckt mir zu, er darf aber auch mal ran und ja, dann geben wir euch nachher mal ein schickes Fazit dazu. Du misst mich sonst mischen! Du misst mich sonst mischen! So, wir sind jetzt fertig mit zocken, durften kurz einmal das Kampfsystem sehen und antesten, durften uns ein bisschen über die Fraktionen schlau machen und haben die Landschaft begutachtet. Aber auch nur ein bisschen halt. Genau, also für so ein riesen Rollenspiel wie Risen, natürlich nicht für eine abschließende Bewertung oder so geeignet, aber so für so einen Ersteindruck. Der Ersteindruck, muss ich sagen, ist jetzt ein Rollenspiel, auf das ich aufbrochen hätte. Weil es halt doch, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber es ist für jemanden wie mich, der jetzt irgendwie eher der Konsolenspieler ist und der jetzt nicht unbedingt der Rollenspiel-Affinste ist, sage ich mal, bietet es doch sehr viele Ansatzpunkte, die mir den Weg da rein sehr erleichtern. Ja, also ich war persönlich sehr überrascht über das Kampfsystem, weil das sehr locker flockig von der Hand geht. Also früher so bei Risen 1, da war es noch so ein bisschen hakelig. Hat natürlich auch dazu geführt, dass man lange üben musste und jetzt das war sehr intuitiv und mit diesem Kontern und Parieren und so weiter, das ging sehr locker von der Hand. Wir hatten aber auch einen recht hochgelevelten Charakter, wodurch es vielleicht auch ein bisschen leichter war als normalerweise so. Ich meine, sie hat ja, also die Dame, die uns das gezeigt hat, die hat ja gesagt, dass der Typ auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Genau. Dementsprechend ist, kann ich mir schon denken, vielleicht hat das auch einen Einfluss drauf, aber ich finde das jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm. Für den Rest, den das Spiel bietet, ich meine, wenn da wirklich, wir haben irgendwie drei, vier Charaktere haben wir befragt, die haben wir nach irgendwie Informationen ausgefragt, nach Wissen ausgefragt, nach ihren Kampfkünsten oder ihren Fähigkeiten ausgefragt, die sie einem beibringen können und so. Also ich glaube, da kommt noch genug Stoff zusammen, um vielleicht zu sagen, Kampfsystem mag ein bisschen einfach sein, aber dafür ist der Rest noch umfangreich genug, um das richtige Feeling irgendwie zu bekommen. Genau, und wir haben ja nochmal nachgefragt, die Gegner leveln nicht mit, das heißt, es ist trotzdem weiterhin so, bieg beim falschen Weg ab, geh zu früh hinter den Busch und du wirst umgehauen und das ist irgendwie auch wichtig. Dann halt die Sprache ist wieder so, wie man es kennt von den Gothic und Risen Spielen, so dieses raubeinige, was auch immer. Aber man muss nur sagen, dafür, dass der eine Typ am Anfang ziemlich unfreundlich war, war am Ende doch sehr auskunftsbereit. Im Grunde sind alle erstmal so ein bisschen, ey, was willst du und halt die Fresse und so und dann sind sie aber recht kooperativ. Die Story fand ich jetzt von dem, was ich gehört habe, so ein bisschen bis in 0815-Fantasy-Suppe. Ein bisschen Game of Thrones und noch so ein bisschen ein paar andere typische Elemente dabei. Aber wer die Spiele kennt, der weiß, dass es eher an den interessanten Charakteren liegt, dass man es spielt, dass da irgendwelche Verstrickungen sind zwischen den Fraktionen und so weiter. Und die große Hauptstory war jetzt nie besonders originell bei diesen Spielen. Deswegen, ich bin da eigentlich guter Dinge. Die Landschaft sieht sehr cool aus. Es ist auch komplett weg von diesem Degenkampf und Zauberei und so weiter. Es fühlt sich wieder mehr an wie so ein Mittelalter, ein bisschen mehr Gothic einfach drin. Und das gefällt mir persönlich sehr gut, weil damit ist es ja groß geworden. Also mich hätte jetzt das andere Setting vielleicht nicht unbedingt gestört. Das ist jetzt so ein bisschen mehr so, was meinem Gefühl oder meinem Image von Rollenspielen entspricht. Ja, es ist jetzt schon eher das klassische Ding so. Aber ich fand das jetzt nicht schlimm, weil ich fand die Landschaft, die fand ich sehr schön gezeichnet. Und ich mochte gerade in diesem Abschnitt, wo wir waren, halt wie gesagt, dieses zerklüftete und auch immer wieder anstiegsreiche, sag ich mal. Also, dass du halt wirklich mehrere Höhenmeter da irgendwie absolvierst. Das fand ich alles cool. Also, ich sag mal optisch, beziehungsweise die Welt an sich, hat mich von der Atmosphäre her und von ihrem Flair hat sie mich auf jeden Fall am meisten angesprochen von all dem, was wir gesehen haben. Die Frauen sind wunderschön verglichen mit den alten Risen Titeln. Wer die kennt, da hatten die Frauen teilweise, keine Ahnung, die Nase war ein Polygon und die Ohren zwei weitere. Also, das war echt teilweise erschreckend. Die Gefährten sind auch sehr aktiv am Kampf beteiligt. Und man kann sich jetzt noch quasi, wenn man jetzt zum Beispiel Dämonenjäger ist, was wir jetzt gesehen haben, kann man sich noch mehr, sag ich mal, dämonische Viecher herbeispawnen, die einem dann auch noch im Kampf helfen. Also, man hat sehr viel Hilfe. Das stimmt. Also, wenn man sich irgendwo auf dem Felsen steht, stellt, wo die Monster nicht rankommen, dann kann man im Grunde die Arbeit von anderen erledigen lassen. Nein, man weiß es nicht. Das ist spekuliert. Genau, ist spekuliert. Also, hat Spaß gemacht und ja, lest euch den Previewartikel durch, den ich auch noch dazu schreiben werde. Eine Menge Bildmaterial wird es auch noch geben und viel Spaß damit. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß macht. -